Ich bin hier an einem wahren Hotspot der Energiewende auf dem Campus der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin und hier treffe ich einen Experten für regenerative Energiesysteme. Hallo Herr Professor Quaschling. Ja, hallo, herzlich willkommen. Dankeschön. Also Photovoltaik ist ja ein Baustein zur Energiewende. Würden Sie sagen, es gibt eine Schlüsselenergie für die Zukunft oder ist Photovoltaik nur ein Baustein und wir brauchen einen Mix, um zum Beispiel die Ziele des European Green Deal zu erreichen? Ja, es gibt nicht nur eine Technologie, es wird wirklich ein Technologie-Mix sein, aber die Photovoltaik ist schon eine der wichtigsten Technologien. Sie ist weltweit am preiswertesten mittlerweile. Die preiswerte Art der Stromerzeugung ist wirklich die Solarenergie. Nun haben wir in Deutschland noch einen Winter und bekannterweise haben wir halt im Winter nicht so viel Sonne, deswegen brauchen wir für die Solarenergie noch andere Technologien, die sie ergänzen. Also dann für den Winter die Windkraft und Windkraft und Solarenergie schwanken halt sehr stark. Das heißt, die nächste wichtige Technologie wären dann die Speichertechnologie. Es gibt natürlich noch viele andere, die aber vom Umfang her wesentlich weniger abdecken werden. Also insofern Solarenergie, Photovoltaik, Windenergie und Speicher. Das wären so die wesentlichen Technologien, die wir brauchen und damit können wir dann auch fast ausschließlich klimaneutral werden. Vor vielen Jahren war Deutschland ja führend in der Produktion von Photovoltaikanlagen. Inzwischen ist das ein internationaler Wachstumsmarkt. Wo steht Deutschland da? Ich habe Ihnen zu dem Thema eine Zahl mitgebracht und zwar die 90. Was sagt sie Ihnen? Das könnte der Weltmarktanteil von China sein, den wir jetzt hier irgendwie darstellen. Genau. Spannend ist ja, dass mal Europa führend war im Bereich und die meisten Solarmodule aus Europa kamen gar nicht so lange her, nicht mal 20 Jahre. Und das haben wir dann alles kampflos ausgegeben, weil wir hier in Europa zehn Jahre Pause bei der Energiewende gemacht haben. Und so eine Pause, die recht sich dann halt. Jetzt ist China weit vorne und wir haben kaum mehr eine Chance, das noch aufzuholen. Und Sie haben mal gesagt, holen wir uns einen Teil davon zurück, vom Weltmarktanteil. Das ist erstmal eine schöne Idee, aber wie schaffen wir das? Naja, man müsste schon sehr groß jetzt auch einsteigen. Man muss mal gucken, also der Weltmarktanteil, die großen chinesischen Unternehmen, das sind ja jetzt nicht mehr Garagenfirmen wie früher. Das sind also dann Werke so wie Volkswagen oder sowas in der Größenordnung. Und wir fangen in Deutschland halt mit sehr, sehr kleinen Produktionslinien an. Es gibt einige Produktionslinien auch, aber das sind im Vergleich zu dem, was in China passiert, das sind wirklich kleine Nischentechnologien. Und wenn wir wirklich dann sagen wollen, okay, wir wollen vielleicht ein Viertel vom Weltmarkt haben, dann müsste man halt massiv einsteigen. Und dafür bräuchte man auch staatliche Unterstützung. Das wird so über den privaten Markt nicht gehen, zumal die deutsche Politik und auch die europäische auch immer nicht ganz klare Signale gibt. Das heißt, einmal will man durchstarten und dann ein Jahr später wird das wieder komplett gestoppt. Auch keine gute Voraussetzung für Investoren. Auch in der Elektromobilität hinkt Deutschland inzwischen hinterher. Gerade erst wurde ein chinesischer Automobilhersteller BYD unter die Top 100 Unternehmen der Welt gewählt. Sie kommen eigentlich aus der Batterieherstellung und produzieren inzwischen Elektroautos. Und das sogar ziemlich günstig. Was bedeutet das für die Autoindustrie Deutschlands? Tja, spannende Frage. Also wir sehen, dass die deutsche Automobilindustrie eine Sache gut konnte, das sind Verbrennungsmotoren bauen. Nur die sind halt nicht mehr gefragt. Wir haben uns sehr lange daran festgeklammert. Die Politik hat auch die Automobilindustrie geschützt. Also dann auch immer Grenzwerte, wenn sie zu streng wurden, dann aufgehalten. Frau Merkel war sogar noch mal in China, um zu verhindern, dass die Chinesen irgendwie sehr, sehr strenge Grenzwerte für Verbrennerautos festlegen. Jetzt gelten dort strengere Grenzwerte. Die haben das natürlich sich nicht davon beeindrucken lassen. Also strengere als in Europa. Das muss man sagen. Und das macht es natürlich schwer für deutsche Unternehmen, überhaupt noch Verbrennerautos in China zu verkaufen. Vier von zehn Arbeitsplätzen in der Automobilindustrie hängen von China ab. Und wenn wir diesen Markt verlieren, dann verlieren wir da den Anschluss. Und dann kommt noch der chinesische Markt, die dann auch nach Europa drängen. Also wir werden auch zu Hause dann mittlerweile attackiert. Und das wird sehr, sehr schwierig werden für die deutsche Automobilindustrie, wenn man halt einfach ein paar Jahre zu spät dran ist. Man versucht das jetzt aufzuholen. Aber ich denke, Ausgang offen. Also wir werden sehen, welche deutschen Automobilunternehmen die nächsten zehn Jahre überleben. Ich glaube, da würde ich jetzt keine Wetten darauf abschließen. Ich habe Ihnen auch eine Schlagzeile mitgebracht. Und zwar zitiert sie Ex-EU-Energiekommissar Günter Oettinger. Er bemängelt die fehlende Innovationskraft. Wo sehen Sie denn die Zukunft vom Wirtschaftsstandort Deutschland und wer hat sie in der Hand? Das Problem ist, dass die Politik halt hier in Deutschland nicht die klaren Rahmenbedingungen gesetzt hat. Also wir haben lange auf alte Technologien gesetzt. Wir sehen diese Reflexe immer noch bei den aktuellen Diskussionen. Also wir reden über E-Fuels, wir reden über Gasheizungen, die wir am Leben erhalten wollen. Irgendwie da lachen sich die Menschen, die Regierung in China, die können sich darüber nur freuen, weil wir einfach irgendwie Deutschland ist einfach technologiefeindlich, kann man schon fast sagen. Oder zumindest mal Teile davon. Und das ist halt wieder schwierig. Wir haben gute Ideen, wir haben tolle Unternehmen, die auch was umsetzen können. Nur wenn die halt immer ausgebremst werden, also dann bereiten sich die Unternehmen darauf vor, dass die Wärmepumpe kommt, die bauen Fabriken auf und dann heißt es, nee, wir machen jetzt noch mal ein paar Jahre Gasheizung. Und dann wird das alles wieder rückgängig gemacht und eingemottet. Und dann überholen uns natürlich die anderen auf der Standspur. Und deswegen müssen wir einfach mal sagen, okay, Klimaschutz ist gesetzt. Wir kommen ja doch gar nicht dran vorbei, klimaneutral zu werden. Und je schneller wir das werden, desto weiter vorne sind wir bei den Zukunftstechnologien. Und je mehr wir uns Zeit lassen, desto mehr werden andere Länder wie China oder USA das in die Hand nehmen und uns überholen. Und deswegen jetzt einfach mal Mut und nicht die Diskussion von gestern führen. Und das sollten wir in Deutschland endlich mal lassen. Aber wir tun das nach wie vor. Und das ist halt wirklich ein ganz, ganz schlechtes Umfeld für die Unternehmen hier in Deutschland. Wir sprechen ja immer von einer gesamtheitlichen Transformation. Das betrifft beispielsweise auch den Finanzsektor. Wo sehen Sie denn die Rolle der Banken in dieser Transformation? Die Rolle der Banken ist enorm wichtig. Wir müssen natürlich sehr, sehr viel verändern in den nächsten Jahren. Wir haben momentan in Deutschland 20 Prozent erneuerbare Energien am Gesamtaufkommen. Da müssen wir auf 100 Prozent kommen. Und da muss natürlich viel Geld investiert werden in erneuerbare Energien, Speichertechnologie, Elektromobilität, Umbau der Heizungen. Und da brauchen wir natürlich auch erstmal die Investitionen, die von den Banken unterstützt werden müssen. Auf der anderen Seite wissen wir, dass wir in Deutschland 2045 gesetzlich klimaneutral werden müssen. Für das Pariser Klimaschutzabkommen müsste das ja früher passieren. Also da darf eigentlich gar kein Geld mehr in fossile Technologien fließen. Kraftwerke leben 30 Jahre, Heizungen über 20. Das heißt, alles, was wir jetzt noch in solche Technologien stecken, beschleunigt dann auch die Klimakrise. Ich habe Ihnen heute nicht nur eine Schlagzeile und eine Zahl mitgebracht, sondern auch noch ein Bild. Vielleicht erkennen Sie es wieder. Es ist ein Bild von der Bundespressekonferenz von vor vier Jahren. Da waren Sie Teil von als Mitglied von Scientists for Future und saßen neben jungen Menschen von der Fridays for Future Bewegung. Was hat sich denn seitdem verändert? Und sitzen Sie demnächst auf einem Podium mit der letzten Generation oder Extinction Rebellion? Es ist ein bisschen was passiert, aber nicht das, was wir brauchen. Und das sehen wir. Wir haben ein Klimaschutzgesetz. 2045 müssen wir in Deutschland klimaneutral sein. Das hat auch das Verfassungsgericht nochmal bestätigt. Und das werden wir mit den aktuellen Maßnahmen nicht erreichen. Deswegen haben wir jetzt auch andere Akteure, wie Sie es schon angesprochen haben, Extinction Rebellion oder ja dann auch die letzte Generation. Und die kleben sich ja nicht auf die Straße, weil die jetzt Sekundenkleber so toll finden, sondern die wollen natürlich auch dafür sorgen, dass wir wirklich also mehr Tempo beim Klimaschutz machen und auch wirklich unsere Ziele einhalten. Und die Diskussionen, die wir jetzt nun führen, wo sich alle nur darüber aufregen, dass sie jetzt mit ihrem Auto nicht schnell genug zur Arbeit kommen, aber wir nicht darüber diskutieren, was wir eigentlich verändern müssen. Das ist das, was mir so ein bisschen Sorge macht. Das heißt, unsere Gesellschaft ist momentan noch nicht in der Lage, dieses Tempo bei der Transformation an den Tag zu legen. Und das wird uns später nochmal teuer zu spüren kommen. Ein Jahr können wir noch diskutieren, aber dann müssen wir aufhören zu reden. Dann müssen wir einfach mal handeln. Und dann, glaube ich, haben wir auch eine gute Chance, das noch in den Griff zu bekommen. Ich denke, das ist ein ganz schönes Schlusswort. Ich bedanke mich vielmals für das Interview und Ihre Zeit und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Ja, danke auch. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020